Das Projekt wird, glaube ich, auch echt ganz gut angeschaut. Ja. So, ihr Lieben, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Robin. Hallo. Wir sind immer noch unterwegs und wollen, ja, neue Sachen erkunden und mal sehen, ob wir diesmal ein bisschen besser vorwärts kommen. Genau, hoffen wir mal, dass der Server heute, beziehungsweise jetzt nicht... Genau. Wir wollen das mal hin. Ja, ich komme wieder auf nicht so schnell. Fahren. Ja. Ich sitze gerade hier mit dir auf der Stelle. Echt? Bei mir geht es voran. Ja, bei mir geht es stückchenweise voran, ja. Ja, das glaube ich, weil wir beide halt in einem Boot sitzen und... Ähm, okay. Ja, Mario, kommt hier zumindest schon mal Land. Ich sehe zumindest schon mal ein bisschen Land. Ja, genau, ich auch. Ja, das... Dumm, 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 dumm. Geh mal, was da ist, ein Dorfbewohnerdorf. Oh, sehr schön. Dann können wir doch glatt mal aussteigen. Ähm. Warum kann ich nicht aussteigen? Hä? Jetzt, jetzt... Oh, das ist gerade buggy. Ich kann auch nicht aussteigen gerade. Jetzt bin ich ausgestiegen. Okay, ich bin draußen. So, jetzt. Ja, das ist ziemlich... Oh. Okay. Hey. War das jetzt schon das... Das könnte aber sogar das Dorf sein, was wir schon erkundet haben. Mhm. Ich habe auch gerade eben schon überlegt. Oh, ich habe drei Äpfel, Brot und Eichensätzlinge. Sehr schön. Ne, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ne, ich glaube auch nicht. Oh, jetzt gehe ich mal hier hoch. Mhm, ist alles gerade ein bisschen... Bing, bong, bong. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das gerade liegt. Kann sein, weil der gerade alles neu laden muss, aber... Wir sind ja gerade eigentlich nur hier. Ja. Hallo, lass mich... Die meisten haben wir auch geliebt, heute nicht. Ja. Oh mein Gott, alles ganz schön... Alles ganz schön... Oh, hier ist eine Höhle. Aber auch nur eine kleine. Ich habe das Markt, äh, Brote, Gipfel und Kartoffeln gefunden. Okay. So, gucken wir ein bisschen weiter hier. Genau. So, jetzt ist es dran. Ich beschaffe uns jetzt einfach mal ein bisschen Weizen. Weil wenn ich jetzt nämlich die Strohblöcke hier abbaue und wenn wir die in Weizen umwandeln, also ich glaube bei vier Strohblöcken, bei acht Strohblöcken, nee, bei einem Strohblock kommt neunmal, kommt neunmal Weizen raus. Oha. Ja, ich habe auch schon ein paar mitgenommen, dann nehme ich die anderen auch mal mit. Genau, aber das würde ich dann erst halt zu Hause machen, sonst ist das Inventar ja hucki zucki voll. Ja, das ist jetzt schon so gut wie voll. Ja, meins ist schon voll, also... Ja, ein paar Eier hier wegschmeißen. Oh, sogar ein Hühnchen rausgekommen, sehr gut. Ähm, ich sehe dich zwar jetzt nicht mehr, wo rennst du gerade rum? Ich bin am Anfang, ähm, ne, was soll ich das beschreiben? Ähm, ich bin ganz oben beim Dorf Euronardorf. Ganz oben, okay. Oben wo diese komischen Dinger mit der Glocke stehen, weißt du, diese überdachten Teile. Okay. Ah, du bist da oben. Hi, ich bin links neben dir. Ach, da. Uh. So. Den Tag habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, hier kommen Berge wieder ein paar. Hm. Hier könnten wir auf jeden Fall... Ich glaube, die Welt, die hat noch einiges Neues. Hm. Wir könnten ja eigentlich in die Richtung kuchen. Jetzt warst du ja auch bei mir auch, flupp, flupp, flupp. Ja, das ist jetzt hier gerade... Obwohl wir die beste Verbindung haben, ich weiß nicht, sonst nicht. Ja, wir können ja mal... Da gibt's auf jeden Fall Berge. Da ist aber eine Schlucht, das... Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Ich glaube eher nicht. Aua. Weil die Karte ist halt jetzt viel größer als die vorige, denn vorher hat man ja viel schneller... Ach so. Okay. Also ich sehe auf jeden Fall schon Kohle und dort oben... Oh, Kürbisse. Yeah. Ich sehe Kürbisse, ja. So. Boah. Äh. Boah, mein Gott, das ist hier gerade groß. Ja, es teleportiert ab und zu mal ein bisschen so. Ja, aber nicht, muss ich den mal neu starten dann. Ja, wir gucken jetzt, wie es die Folge ist und dann machen wir in der nächsten Folge nochmal... ...nochmal neu und dann hoffen wir mal, dass es vielleicht... Werden wir ja sehen. Wie gesagt, ist jetzt noch nicht so schlimm, finde ich. Nee, jetzt geht's gerade wieder. Hm. Äh. Mhm. Ja. Oh mein Gott, das sind ja komische Gebilde hier. Mhm, ganz komisch generierte Gebirge. Oh nee, da kommt wieder Tropenwald, glaube ich. Was? Na, den brauchen wir ja nun gar nicht. Nee. Nee, da bist du wieder drin. Ähm. Ach, hier bist du noch okay. So. Hm. Soll ich vielleicht mal in die Richtung gehen? Ja, komm, morgen. Ja, da kann man. Da sieht aus, als wäre es mehr normal. Ja. Können wir machen? Boah, hier ist auch noch mal eine Höhle. Ich hole die mal kurz. Oh, ja. Schlupp, schlupp, schlupp. Das sieht lustig aus. Ja, wie so ein Teleporter. Tup, tup, tup. Das war aber noch nie so, ne? Egal, wo wir hingegangen sind. Nee. Das hat man, das hat man noch nicht bis jetzt. Das stimmt. Nee, ist ein Nachteil von Arthanas, weil die hat nicht so krass in die Server. Aber hatten wir noch nicht. Ja. Bis jetzt hat ja alles geklappt noch. Genau. Ja. Also hier gibt es auf jeden Fall ziemlich viel Schafe. Ja, dann kann ich die Wolle mitnehmen. Genau. Dann gibt es schwarze Schafe. Ich gehe mal hier oben auf den Berg gucken. Mal sehen, ob man schon, ob man schon was sieht. Okay, Blumen gibt es massenhaft hier. Hier wird auch das Gras wieder ein bisschen grüner. Und da kommt schon wieder Wasser. Da sind wir eigentlich gerade. Wir sind noch auf dem Weg nach oben links. Genau, richtig. Ja, ich glaube, das ist direkt auch so rum, weil du gerade den ganzen Ozean und auf der Karte guckst. Ja. Bist du das nachgekehrt? Au, 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 au. Au, au, au. Hey, du darfst grünern. Oh, ein Creeper, hallo. Oh, ach, du bist schon an mir vorbeigegangen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt jetzt. Ja, ne, ich bin gerade eben an dir vorbeigelaufen. Hm, komm, lass mal fürs Eisen, sonst spinnen die Augen weg. Eisen ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Eben, deswegen. Definitiv. Sehr gut. Oh ja, gut, hier ist nichts. Brauchen wir ein bisschen Kohle nach da oben auch. Ja. Ja, okay. Kann man ja wieder rausgehen. Ja, genau. Hat sich nicht so gelohnt jetzt. Nee. Oh, hier geht's. Gleich wieder raus. Okay. Sehr gut. Ja, dann müssen wir wieder nach da. So, ich sitze. Genau. Oh. Ja, wenn wir getrennt mit dem Boot fahren, dürfte es auch ein bisschen weniger, auch weil der jetzt unsere Beide Verbindung mit Generationen berichtet ist. Ja. Jetzt hat unser mehr. So. Okay. Drehen wir, drehen wir, ah, jetzt. Also wie gesagt, ich habe auch noch zwei Banner mit, also wenn wir irgendwas Interessantes finden, sollten wir mal sagen, da wollen wir gucken, können wir auch ein Banner hinstellen. Ja, gut. Perfekt, da habe ich mir schon was zu markieren. Ja. Stückchenweise immer, aber wir lassen uns davon nicht abschrecken. Nee. So, okay, jetzt hat er wieder generiert. Oh, kommt zum Beispiel schon ein neues Biom mit den Pilzen und den... Okay, ich sehe noch, ich sehe noch nichts. Echt? Achso, ja, die Tannen, ja, stimmt. Genau. Mit dieser braunen Erde, ne? Hm, stimmt. Wenn wir Glück haben, finden wir auch irgendwo ein Moorgebiet mit einem Hexen oder was. Ähm, warte mal kurz, ich würde hier gerne mal aussteigen an der Seite. Wenn ich rauskommen würde, ach jetzt, okay. So. Ich würde noch was auswählen, aber ich glaube, wenn man den Boden abhört, das ist nur Erde. Ja. Aber ich glaube auch. Ja, da braucht man eben, aber da braucht man ja diese Fichtensetzlinge, weil da bildet sich dann, glaube ich, dieser Boden rumtrum. Ach echt? Mhm. Ja gut, ich taue mal kurz in die Hülle hier rein, wo wir den Boden angehalten haben. Okay. Ich schaue mich mal hier noch ein bisschen um. Alter, leuchtet irgendwas da unten. Ach so, ist mir diese, diese leuchtliche an. Okay, das eigentlich... Oh, ja, da gibt es nicht weiter. Das ist eigentlich ein cooles Biom hier. Oh, hier ist auch eine Höhle. Mhm. Okay. Hier gibt es überall 7, nicht trifft unter. Ja. Sag mal bitte. Oh ja, ist alles unterhüllt. Da müssen wir mal hin und mehr unter Wasser atmen haben. Sonst sterben wir hier. Ich bin jetzt erstmal da. Ja, ist noch da. Ich bin auch da. Ich bin auch Bock. Ja. Gerade. Ich komme gleich aus dem Loch raus. Ich seh deinen Namen. Ich war da hinten in der Höhle. Da bist du. Ich seh dich. So, ich lauf. Hier an der Seite. Du kannst mich ja hier vorne dann einsammeln. Wo bist du? Da bist du. Taxi ist da. Taxi ist da. Ach, da bist du. Mhm. Ich habe diese Teleport. Jetzt bin ich weg. Bah. Oh, meine Fakke. Du brauchst mal kurz der Bau. So, genau. Okay. Äh, wir sind wieder falsch. Wir müssen nach da. Das ist definitiv auf jeden Fall schon mal ein anderes Biom. Jetzt was machen. Ja. Ich glaube, hier kommen dann neue Sachen in die Richtung. Hier kommen auch Berge. Berge sind auf jeden Fall sehr gut. Ja. Und hier ist wieder die Sackgasse. Glaub ich. Da sind zwei Creeper links. Ja, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Na, wir können auch mal ein Stückchen über Land laufen, also. Ja, stimmt. Ja, komm, dann gehen wir mal hier über Land. So. Ja. Gott. Ich bin eigentlich viel weiter vorne ausgestiegen. Okay, in welche Richtung müssen wir denn jetzt eigentlich? Ja, in die Richtung da, ja. Die hier. Mal sehen, was wir hier so schönes finden werden. Außer Creeper und Monster. Aber dadurch, dass wir ja eigentlich so ein, so ein großes Dschungelbiom haben, eigentlich müsste es da auch irgendwo ein Dschungeltempel geben, theoretisch gesehen. Ja, schon. Eigentlich, ja. Hier ist einfach mal ein Loch mitten in die Landschaft. Ja. Sieht aus wie ein Creeper oder so. Ja. Was können wir da auch hin? Oh, hier ist diese dreckige Erde. Genau. Genau, die entsteht, glaube ich, wenn man hier diese Fichten pflanzt oder so. Ja, Pilz kann ich nicht mitnehmen. Und wenn man auf jeden... Ja, ich auch nicht. Also ich habe auf jeden Fall noch 15 Knochen, falls wir einen Wolf sehen oder einen Hund. Ich würde es dann auch mal probieren. Ja klar, hast du ja genug Knochen dabei. Sollte es ja mal klappen. Bei meinem Glück klappt das nicht wirklich. Bei 15 Knochen hast du jetzt wirklich eine ziemlich hohe Chance. Sollte man, ja. Sollte man da weiter... Nee. Flup, flup, flup. Ja, aber wenn wir weiter nach links gehen, sind wir fast um an der Ecke. Ja. Oh, tschüss. Du bist dann ein bisschen langsamer vorwärts gehen. Ja. Ja. Hier kommt irgendwas Weißes. Oh, Schneebio. Oh, sehr schön. Geil. Okay. Wie gesagt, wir finden... Wir haben echt alles. Ja. Ja, hier würde ich mal einen Bahner setzen tatsächlich. Oder wenn wir hier vielleicht ein Dorf irgendwo noch dort finden. Okay, können wir. Da könnten wir jetzt nämlich auch so ein... Vielleicht hier in der Wüste, ja. Mit dem Eis irgendwas bauen. Oh. Ich glaube, das Eis kann man ja. Kann man das Eis nicht sogar mitnehmen? Nö. Nö. Aber irgendwie ging das, glaube ich, ne? Ich glaube, ich glaube... Oder ist es nur Blu-Eis? Er schießt hier. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Das war ich. Da kann noch ein Schaden. Passt. Ach, ja, Schneiz, geil. Ja. Cool. Schön. Man sieht nichts, aber schön. Ja. Boah. Also, ich glaube, wenn du hier zwei Stunden durchläufst, ich glaube, dann bist du auch ein bisschen hypnotisiert. Von den ganzen Schildglocken. Ja. So. Okay. Tja. Gehen wir es mal hin. Oh, da kommt ein Zombie. Ähm. War ich eingefüßt? Ja. War ich eingefüßt? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Meine Güte. Oh, was ist das? Eigentlich müsste es in so den Schneebiums auch, ähm, Ziegen geben. Okay, welche Richtung bist du noch? Hier. Ja, stimmt. Ähm. Nö. Scharf. Komm her. Ja, also mit Glück haben, finden wir hier. Aha, ist gut. So. Boah. Wer ist das denn? Zombie. Oh nein, Achtung Zombie. Ach du Schneewelle. Und ein paar Schneewelle mit. Ah, meine sind alle. Ich hab noch drei. Bumm. 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 Hehehe. Ich kann nicht mal was aus der Hand legen. Ja, ich musste auch schon wegpacken. So, okay. Okay. Wir müssen eigentlich da weiter so in die Richtung. Noch ein bisschen. So, warte. Ähm, ja genau. Oh Gott. Jawohl. Passt. So. Genau. Wir müssen auch hier. Ja. Oh, ich glaub das Biom ist ziemlich groß. Okay. Ich folge dir. Ich folge dir. Ich fluppe hinter dir hinterher. Schick, schick. Oh, da können wir nämlich auch ein paar Schneeblöcke mit dem theoretisch. Ja. Ähm. Ach, da hinten. Ja, weil ich sehe dich leuchten. Ja. Ist irgendwo hier. Oh mein Gott. Okay. Oder unten leuchtet irgendwas. Da ist Lava, oder? Oh Gott. Ne, das ist keine Lava. Obwohl, da ist es hell eigentlich. Ah, leuchtet. Das kann auch einer von den Leuchtlianen sein. Dort unten? Ja. Ja. Sorry. Ähm. Ja, hier ist nur eine Leuchtliane, was da ganz unten ist. Ne, ich meine nicht hier gerade rüber hier. Da. In die Richtung. Da hinten. Aber das könnte so eine Liane sein. Ja, das stimmt. Ja, guck mal, wenn du ranzoomst, ist es eine Liane. Ja, genau. So. Unten durch hier, oder? Äh, warte mal. Hier ist nämlich irgendwie eine ziemlich große Höhe. Ja, genau. Hier vielleicht erstmal rein. Hier geht's nicht auch. Weil nämlich. Boah, sieht gut aus. Guck mal, wie so Luftstrom. Ja. Ja. Schnee. Cool. Oh nein. War so. Oh. So. 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 Meine Güte. Ah! Okay. Oh, Glück gehabt, dass da was da war. Ja. Jawoll. Stop. Aber hier unten ist nix. Nix mehr. Tote Hose. Toll. Ja. Im sonst hier runter gegangen. Äh. Ja, das war falsch. Ähm. Hier muss man raus, genau. Ah, du bist auch hoch. Äh. Cool, da hast du einen schlechten Weg gewählt. Ja. 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 Oh Gott. Oh Gott. Gut, eigentlich nicht da, aber hier ist auch ne große. Achso, du hast ne andere gesehen? Okay. Genau, von wo ich grad eben da oben stand. Da oben wo dieser Zombie kam, da war auch noch ne große, wo nach unten ging. Achso. Und hier drüben ist auch noch. Gerade nach unten. Genau. Hier ist auch. Ja, hier können wir auch. Ja. Mir ist egal. Hauptsache wir finden Eisen. Genau. Oh man, hier sieht hier nix. Ist doch ein Skelett irgendwo. Ist doch ein Skelett. Aber wo, hä? Links. Ah, hier oben. Hi. Was? Oh, der Knochen wird durch. Hm, jetzt hab ich 16. Sehr schön. Jawoll. Oh, Eisen. Eisen, ich hab's gesehen, ja. Hast du auch noch Platz? Ja. Für Eisen hab ich noch genug Platz. Dann hab ich erst 6 Stück. Gras hab ich auch im Inventar, warum auch immer. Okay, ich hab jetzt auch Eisen, ein Eisenslot zumindest. Hier ist wieder Eisen. Hier ist Kohle. Oh, hier geht's schön weit nach unten. Sehr gut. Mhm. Da komm mal herz, Zombie. Ja, mal nur kuscheln. Ja, ja. Hier ist auch Kohle. Das seh ich. So, hier ist wieder Eisen. Jetzt sollten wir langsam, glaub ich, wieder anfangen, einen Fackeln zu markieren. Stimmt, ja. Junge, gibt's hier viel Eisen. Hier geht's auch noch mal runter, ein Junge. Eisen, Eisen, Eisen. Okay, ich warte mal hier auf dich. Ja, ich komm gleich zurück. Ja. Wo ist hier noch irgendwas? Hier geht's weiter. Oh, hier ist nicht. Stopp. Oh mein Gott, geht. Huah. Huiuiuiui. Das geht aber steil ab. Ist mein Eisen hier runtergefallen. So, Mist. Oh nein. Das hol ich mir aber so. Das Eisen kann doch nicht immer abhauen. Ja, ehrlich mal. Hehehe. Hehehe. So. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Hier ist auch Eisen, recht hinten. Ja. Meldest du das hier? Jo. Ja. Sehr schön. Egal wo du hingehst, hier geht's überall weiter. Hier geht's überall weiter, ja. Wir müssen uns halt nur noch einen Weg suchen. Wo bist du jetzt? Da oben. Hier. Genau hier hab ich was gefunden, wo es runter geht. Okay. Dann komm ich mal nach oben. Da bin ich. So. So. Ziemlicher komischer Gang. Hm. Ding, ding, ding. Da kann man aber zumindest nicht. Hier kann man nicht runterfallen und sich so leicht verirren. Ja. Oh mein Gott. Wie ist das ein Redstone? Brauchen wir einen Redstone? Ich glaube nicht. Nee, oder? Wir haben so viel. Ja. Ach du Kacke. Boah noch weiter. Na Junge. Äh. Gehen wir erst hier lang, oder? Ähm. Gehen wir auch noch runter? Wo? Bist du? Hinter dir, hinter dir, glaube ich. Ach da bist du. Ja. Okay. Ähm. Ok, da geht's ziemlich tief runter in die Lava. Ja. Äh, ja gut, da gehen wir lieber mal nicht hin. Nee. Wo denn hier vielleicht? Oh ja, hier ist Gold. Gold ist gut. Gold kann ich nur nicht mehr mitnehmen. Musst du einsammeln. Echt? Ok. Ähm. Obwohl, warte mal. Nee, ich hab's. Ich hab zwei Kartoffeln weggeschmissen. Hab's gesehen. So. Wie viele Fackeln hast du noch? Warte mal, ich muss mir mal ein paar Fackeln machen gerade. 21. Ja. Alles klar. Da unten geht's, glaube ich. So. Ja, da unten ist Lava. Ok, ich hab wieder 54 Fackeln. Ja, ich hab auch genug Zeit dabei, um zu wohnen. Ob wir jemals wieder rauskommen hier? Sind wir noch auf der Karte? Ja, ist immer noch. Ok. Ich glaub schon. Wir müssen ja nur den Gang hier hoch und dann sehen wir den. Ja. Ja, gut. Ich glaub hier kommt nichts mehr. Aber ja. Ok. Tote Hose. Ja. Muss auch sein. Genau. So tief wie wir jetzt runter gegangen sind. Genau hier lang. Wir müssen nur den ganzen Weg wieder nach oben finden, ja. Ah. Ähm. Äh. Ah, hier. Meine Güte. Hier rammelt man sich ja überall den Kopf. Mhm. Normalerweise müssten wir schon längst eine Erinnerstörung haben. Ja. Das stimmt. So. Okay. Da ging ja noch rechts weiter, ne? Wo hier runter gelaufen sind. Genau. Ähm. Hier lang? Ähm. Hier lang? Hier lang genau. Ach ne, hier war die Lava. Ah ne. Okay. Dann nicht hier lang. Mhm. Hier oben jetzt auch. Oh. Diamanten. Ja. Geil. So, jetzt muss natürlich irgendwas, irgendwas weg. Mhm. Mhm. Es tut mir ja leid, hier. Ähm. Ja, schmeiß irgendwas über dich raus. Na, guck mal über dich. Ja. Eine riesen Eisenkörper. Ne, Ador. Ador, genau. Sehr schön. So. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, dass wir eine komplette Diamanten-Rüstung kriegen. Oh ja. Ich glaub schon, wenn wir weiter auf Höhen-Tor gehen. Ja. Dann wird das glaub ich jetzt... Wie viel hab ich denn jetzt? Zwei Stück nur? Hatte ich nicht drei? Äh. Okay. Muss jetzt nochmal schnell hier... Muss jetzt nochmal hier zurückgehen. Äh. 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 Nein, doch nicht. Ja, anscheinend liegen da noch ein paar. Ne. Hä? Ich hätte gedacht das... Ich hätte gedacht das sind... Ach, jetzt hab ich drei. Okay. Gut. Jetzt hab ich drei. So. Die Hütte ist echt gut, weil sie immer irgendwie... Ja. Es geht ein Gang über. Praktisch. Äh. Ist auch nichts. Das haben wir nicht. Ähm. Hier müssen wir dann. Ah, da geht's nach oben. Weil da... Ja. Genau. Und jetzt müssen wir noch nach oben. Ähm. So. Bin da. Ähm. Heisen. Oh. Flipper. Flipper und Skelett. Alles klar. Oh, guck mal. Diamanten? Ja. Hehe. Sehr schön. Dann werden wir wieder direkt dran vorbeigelaufen. Hehe. So. So. Schwarzpulver gibt's hier auch. Jetzt muss ich... Ob. Irgendwas wegschmeißen. Okay. So hab ich den markiert. Sehr schön. Okay. Mal sehen die vier mal haben, ob's nur einer ist. Oh. Ja. Aber ist ja egal. Ja. Genau. Ist ja egal. So. Jetzt geht der Tod. Hier sind noch zwei Knochen für dich. Sehr schön. Nehm ich mit. Und Eisen. Also wenn du jetzt keine Hund bekommst, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja. Das wäre dann... Ich bin nicht mehr. Och. Boah. Eisen. Die Hunde gefällt mir. Und sich nicht so leicht verirrend. Ja. Oh Gott. Sag dir an. Es geht noch mal in 20.000 Anträge, ne? Mhm. Äh. Wo bist du jetzt? Ja. Ich bin glaube ich gegenüber von dir. Da bist du. Genau in die Gegensätze. Ja. Und da geht's nämlich auch noch mal weiter. Das Gold. Hm. Ja. Ich würde sagen wir gehen erstmal hier lang. Ja. Meine geht da. Okay. Es kann immer einer links und einer rechts gehen. Und irgendwie kommt dann alles wieder... Ja. Kommt dann alles wieder zusammen. Ja. Ja ich glaube auch irgendwas. Ja. Äh. Jeder Weg führt irgendwie wieder zusammen. Ja. Ja. Okay du bist jetzt da. Uah. Okay. Du bist da unten da, ne? Ja. Ja. Okay. Ich warte mal bis du zurückkommst. Ich weiß grad nicht wo du hin bist. Ähm. Diamantenform. So. Ja. Ähm. Da hin dort ja. Da. Da bin ich. Mhm. Okay. Also wenn wir hier nicht aufpassen, dann finden wir sehr schnell nicht mehr raus. Ja. Das denke ich nämlich auch mal. Oh mein Gott. Okay. Hier ist jetzt aber auch wirklich Schluss. Okay. Alles klar. Ich komm wieder zurück. Ah. Alles klar. Hier oben ist glaube ich auch nichts. Ah ne. Hier ist noch ein bisschen... Redstone. Das nehme ich nochmal mit für die Erfahrung. Genau. Hier oben ist auch nochmal Redstone. Aber ich hab kein Platz mehr im Moment da. Ne. Ich auch nicht. Und hier ist nämlich auch Schluss. Okay. Also hier... Hast du schon Pfeile in deinem Inventar? Wie bitte? Pfeile. Pfeile? Ne. Okay. Schau. Dann hättest du mich mal in einen nehmen können. Hätte ich noch ein Slot frei gehabt. Ja. Pfeile haben wir aber auch ganz so wegschmeißen. Also. Aber ich würd sagen. Ähm. Ich mach kurze Pause. Also. Folge beenden. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Oder? Genau. Ja. Ich würd vielleicht noch, dass wir nicht vergessen woher gekommen sind. Genau. Hochgehen. Das war hier oben. Genau. Da müssen wir hochgehen. So. Genau. Geht's auch nochmal weiter? Äh. Doch nicht. Hehehe. So. Genau. Von hier kam er. Genau. So. Dann mach ich mir gleich nochmal neue Fackeln und dann... Genau. Und. Wir verabschieden uns jetzt von euch. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Genau. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.